Musik Am Samstagmorgen war die Nacht. Für die Kameradinnen und Kameraden der Wehren rund um Bad Bipra ziemlich schnell zu Ende. Denn diese wurden zu einer Großübung gerufen. Musik 142 Einsatzkräfte waren gekommen. Simuliert wurde ein Waldbrand, bei dem über eine sogenannte lange Wegestrecke aus 5 Kilometern Entfernung Wasser geholt werden musste. Damit das Ganze vorläufig überbrückt wurde, wurden Pools aufgebaut. Die Übung verlief reibungslos. Musik 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 Musik